Ja, wo streame ich denn gerade? Ja, irgendwo streame ich glaube ich gerade. Ah, nö. Bin ich da? Bin ich weg? Warte mal, ich muss euch mal kurz hier fragen. Bin ich online? Bin ich, ich kann nicht mehr schreiben. Online? Eve, ja, hallo, ich bin nicht da, oder? Ich bin offline. Hä, was habe ich denn jetzt eingestellt? Ich habe irgendwas gemacht. Ja, bin ich da? Ja, hallo, welcome back. Antwortet ihr mir jetzt auf das, was ich hier rede? Oder antwortet ihr mir auf mein Chat? Sagt mir bitte, bin ich online? Schreibt, ja, du bist online, bitte. Ja, bin ich da? Hallo, welcome back. Ach, guck, da hat jemand doch einen Bock gefunden. Ich dachte, du hättest eine Ziege im Keller. Schreibt, ja, du bist offline, bitte. Ich muss das mal testen. Ich starte jetzt mal Minecraft. Jetzt mache ich mal... Achso, ich habe den Sound auch gar nicht an. Alter, der ist so... Im Keller. Schreibt, ja, du bist offline, bitte. Ach, jetzt haben wir es. Ach, sorry, Leute. Ich bin so verplant. Das ist ja krass. Krank, oder? So. Ähm, das muss ich jetzt nochmal einmal hier, äh... Ihr hört mich zweimal, ja, sorry. Ich hatte, ähm, mein, ähm, wenn ich, wenn ich alleine streame ohne Teamspeak und so, dann habe ich ja mein Headset nicht auf. Ähm, und hatte einfach, äh, hier dieses, von der Z4, das kennt ihr bestimmt, von dem Logitech Z4. Einfach das Ding nicht an, aber der hat halt beides aufgenommen. Verstehst du? Ja, ja, schon Schwangerschaftsdemenz, ihr macht Witze, das ist echt so, das ist gar nicht so lustig. Ähm, pass mal auf, Pop-Out. Muss ich ein bisschen aufräumen, ich bin ja, ihr kennt mich ja, ich bin ja total durcheinander, immer durch den Wind. Ich habe ja jetzt wirklich lange nicht mehr gestreamt und das ist ja jetzt wirklich, ich saß gerade, also, andere Geschichte, ich kam gerade wieder rein, nachdem ich unterwegs war, ein Eis essen, an der Tagstelle, gut, ziemlich geil, und war irgendwie noch so fresh. Da habe ich gedacht, ach komm, jetzt schon auf die, auf die Couch chillen oder jetzt schon Abendessen machen. Ähm, nee, du hast noch Bock irgendwas zu machen, habe ich mir gedacht, warum nicht mal so ein Stündchen? Also, es wird so ein Stündchen ungefähr sein, 18, 18, 30, ne? Dann, ähm, dann bin ich wieder weg. Guck mal, da kommt Minekraft. Minekraft, Multiplayer, Kraftattacke, ist sogar keiner da. Da gehen wir jetzt mal drauf. Ihr habt vielleicht Bock mir den Weg zurück. Alter, was? Timmy Tim, 71, hat subscriptioniert. Vielen Dank für deinen Sub. Oh, ich habe diese, diese Geräusche habe ich hier überhaupt gar nicht mehr im Kopf. Ich habe jetzt erst gedacht, kurz, wie immer, äh, was ist hier los? Das ist ja krass. Und wie viele auch geresubbt haben, während ich gar nicht, äh, 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 gestreamt, heißt das, gestreamt habe. Oh, da sind wir. Hallo, hallo. Oh, Haru, 1994, hat subscriptioniert. Vielen Dank für deinen Sub. Und auch herzlich willkommen bei den Evies und bei den Idioten. Wie ist der Sound? Oh, Sunny. Oh, dreimal Resub. Das soll eine Motivation sein, dass ich häufiger mal spontan strebe und wahrscheinlich vielen Dank, Sunny, für deines habe. Und dein Resub. Und ja, mit. 13 Resubs. Alter, das ist ja länger als, bis, danke ich, mein Kind ja schon. Und danke, ich habe mit für deinen Resub. Krass. Alter, oh, fuck. Cassie, danke für deine Resubs, du Gute. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Natürlich auch alle anderen. Oh, ihr seid ja echt krass. Wahnsinn. Oh, Mann, ich habe mich so gefreut auf euch. Ach, wie schön. Wir müssen ja erstmal hier kurz Sound und Musik anmachen. Ja, Facecam kommt wieder, wenn es ein bisschen konstanter Sonne gibt. Weil, das ist wirklich so, ich meine, viele von euch wissen ja, dass ich Neurodermitis habe. Und eine sehr trockene Haut. Wenn ich im Winter, also ungefähr bis März, April, Mai, geht das so, ist meine Haut echt im Arsch. Also, da kann ich mich nicht schminken, weil das ist echt ätzend. Und dann könnte man jetzt darüber diskutieren, warum man sich nicht auch ungeschminkt vor die Kamera setzt. Aber irgendwie fühle ich mich da so, also ich laufe in meiner Freizeit immer auch ungeschminkt rum. Aber wenn ich mich echt, ihr seid ja schon oft viele. Muss man ja auch mal sagen. Dann, ja, dann möchte ich schon, ja, nein. So. Oh, vielen Dank, danke, dass ihr mir, dass ihr mir so gratuliert und mir so viel Glück wünscht und euch so freut für mich, für die Schwangerschaft. Das ist echt ultra, ultra, ultra süß von euch. So, jetzt wird es aber, glaube ich, gleich Nacht. Deswegen, ähm, schlafen wir mal kurz, gleich, wenn es dunkel ist. Ich höre jetzt auch überall, Mops. Ob ich den Weg noch finde zur Rebellion? Das ist halt mal eine gute, gute Frage, die ich mir gerade selbst gestellt habe. Es läuft so flüssig, ne? Könnte das an den 100 Mbitler gehen? Die Vodafone uns in die Bude pumpt. Naja, das ist noch ein bisschen zu laut. Und die Musik ist aus, das geht ja auch gar nicht. Da muss ja hier ein bisschen Musik rein. Könnt ihr mir mal kurz noch ein, ähm, Soundfeedback geben? Hm, ist die Katrin auch da? Ja, da ist die Katrin. Oh, Exilart hat subskriptioniert. Vielen Dank für deinen Zock. Und herzlich willkommen bei den Diebis und bei den Idioten. Jetzt habe ich mir wieder alles hier verdeckt, Moment. Och, ich bin so, ich weiß auch nicht, was bin ich denn? Ich bin, ich habe Frühlingsgefühle. Ich freue mich so auf den Frühling. Das könnt ihr nicht glauben. Also, ich habe ja vorhin das schon gesagt mit den, ähm, mit der Haut. Und, äh, das ist halt auch echt immer so eine nervige Geschichte. Ja, Craft Attack ist ja, äh, also wenn ihr das Video gesehen habt, wird das gar nicht dunkel? Wenn ihr das Video gesehen habt, äh, von mir, da, äh, gehe ich ja ein bisschen auch drauf ein. Das Roleplay ist ja offiziell vorbei. Also, von den Leuten, die das sozusagen mainly geprägt haben. Das ist ja leider ohne mich zu Ende gegangen. Schlafen at night. Das ist noch nicht Nacht. Aber, wie sieht das denn aus? Ich laufe mal kurz da hinten hin und baue mal, lad mal die Chunks. Wer sagt da, ich will Schnee? Raus. Dana, raus. Ja, ohne Musik ist ganz schön, was für ein Geschlecht hat das Baby. Das weiß ich schon, aber das, äh, sage ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht sagen will. Irgendwie ist das auch blöd, ne? Aber ich glaube, ich möchte ein Blogpost dazu machen. Ich finde das so, bei YouTube wirkt das immer so reißerisch. Und man könnte jetzt auch sagen, das ist reißerisch, weil du es nicht sagst. Aber ich, das ist halt auch wieder sowas Privates eigentlich. Aber das werde ich euch natürlich schon noch sagen. Jetzt hat es gerade geruckelt. Ich bin ertäuscht. Aber wahrscheinlich, weil ich die Chunks lade, ne? Ach, irgendjemand hat gesagt, es gibt noch so ein paar Spots, die ich mir anschauen könnte. Hier laufen bunte Schafe rum. Ich hätte auch ein Bett einfach mitnehmen können. Dann hätte ich mich zwischendurch hinlegen können, um zu schlafen. Jetzt laufe ich natürlich, nee, das machen wir nicht. Ich hole mir jetzt ein Bett. Nee, der Bauch. Ist noch nicht sehr groß, weil ich glaube, das ist bei Frauen, die sehr groß sind, und ich bin ja ungefähr 1,80, kommt das immer sehr spät. Ich habe das aber auch jedes Mal, wenn ich Leute treffe, denen ich das, muss ich das, was heißt, muss ich das erzählen? Aber die es wissen, die denken sich immer, hä? Wo denn? Wo bist du denn schwanger? Ja. Ich finde, du solltest dich nicht schämen, ungeschminkt zu streamen. Natürlich mit Facecam, aber wenn du dich nicht wohlfühlst, musst du es natürlich nicht machen. Genau, das ist, ich schäme mich da auch überhaupt gar nicht. Also absolut nicht. Es ist einfach so, ich bin viel entspannter. Weil, ihr müsst euch das überlegen, wenn du mit Facecam streamst, dann bist du einfach immer noch konzentrierter, was auch deine Mimik angeht. Du guckst, du bist bemüht, in die Kamera zu gucken. Du bist einfach, du sitzt irgendwie noch anders und so. Das ist schon irgendwie was anderes, finde ich. Und ich bin schon wesentlich entspannter, wenn ich einfach so die Kiste anmache und hab halt vorher irgendwo rumgegammelt. Ich meine, ihr würdet jetzt, klar, man kann auch ungeschminkt und in der Jogginghose auf eine Party gehen, aber würde jetzt auch nicht jeder unbedingt machen. Also das ist so, das wollte ich nicht, ich wollte mir ein Bett mitnehmen. Das räume ich mir mal kurz hier weg. Das sind die Sachen, die ich verlieren könnte und es wäre schade drum. Machen wir einfach mal hier einiges noch weg. Diamanten 8 sollte ich vielleicht auch wegräumen. Schnee ist wurscht. Ach, die safen wir auch mal. Den Bucket safen wir. Das brauche ich eigentlich auch alles. Ja, komm, oder? Ja, komm, das nehmen wir mal mit. Ich glaube, das könnte sein, dass wir das brauchen. Habe ich da überall ein Manning? Nee, da hatte ich noch gar kein Manning auf der... Ich habe nur auf den Sachen ein Manning. Diese Craft-Attack-Staffel ist übrigens die Staffel, in der ich am meisten überhaupt... Also ich meine, das ist ja eh die zweite erste, in der ich dabei bin. Aber ich habe so unsagbar viel gelernt. Das ist echt krass, muss ich echt mal sagen. Also so verzaubern habe ich ja vorher nie gemacht, weil es mich einfach auch nicht interessiert hat oder so, weil ich sowieso nur gebaut habe und dumm rumgelaufen bin. Jetzt wird es aber gleich dunkel. Ich wusste gar nicht, dass sie einen Partner hat. Man muss ja zum Glück auch nicht alles wissen. Genau, richtig. Man muss ja auch zum Glück nicht alles erzählen. Ich finde, das ist so... Was ist denn das für ein Geräusch gerade draußen? Was? Ja, ich bin schon ein paar Jahre verheiratet. Das sind aber auch so Sachen, die ich sehr privat finde und die auch nicht von meinen YouTuber-Kollegen, auch nicht unbedingt alle wissen. Jetzt hat sie wieder Schiss und wartet, bis es dunkel wird. Ach, ich habe doch ein Bett dabei. Leute, sag mir das doch. Jetzt sehe ich mich wieder echt ultra verlaufen. Aber ich habe ja noch... Ich bin ja hier... Da habe ich überall Mending drauf, oder? Jo, geil. Vielleicht habe ich gefarmt. Ihr seid so geil, ey. Kann es sein, dass du die einzige Person bist, die noch Craft Detects streamt? Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt noch häufig streamen werde. Ich könnte ja mal nachfragen. Aber ich will jetzt... Jetzt pass auf. Also jetzt das, was ich jetzt sage. Bitte nagelt mich nicht darauf fest und bitte nervt man auch nicht damit. Aber es könnte ja vielleicht sein, dass man das sowieso machen kann. Weil hier ist ja jetzt echt nichts mehr los. Wenn hier auch nicht mehr viel so passiert... Obwohl, warte mal. Ich glaube, einige nehmen noch Folgen auf. Sonst hätte ich gesagt, man könnte ja vielleicht mal was mit Zuschauern machen. Und hier noch ein bisschen rumräubern. Aber hier nehmen ja noch einige Leute was auf. Der Tiziano fragt, wie das Buch von Spark war. Tatsächlich habe ich es natürlich noch nicht ganz durchgelesen. Aber ich habe schon einiges durchgelesen. Und viele Dinge sind schon so speziell. Da weiß ich noch nicht genau, ob ich da das Wissen überhaupt mal anwende. Außerdem bin ich ja auch ein Sieg. Und wenn du bei einigen Sachen, die du nicht sofort wieder, ja, sag ich mal, in real life ausprobierst oder dir anschaust und sowas, dann vergisst du es auch schnell wieder. Aber es ist super süß gemacht, muss ich sagen. Und so random. Also du blätterst einfach so durch und findest immer wieder was Neues. Ich find das echt süß. Und ich find es sowieso total klasse, wenn YouTuber irgendwie... War das überhaupt hier richtig hier lang? Ich find das total klasse, wenn YouTuber-Kollegen eigenes Zeug irgendwie machen. Also Bücher sowieso. Und so Ratgeber finde ich natürlich auch super klasse. Genauso wie so Ratgeber-Videos oder so. Find ich cool. Finde ich echt cool. Vor allem Spark hat ja auch echt krass viel Know-How und weiß echt ultra viel. Dieser Minecraft-Almanach hat das mal zu Papier gebracht. Das ist ganz cool. Hoppla. Fuß war stauch. Die müssen mich abtransportieren. Ja, auf was hättet ihr denn noch so Bock? Also was kann man denn mal noch schön streamen? Ich bin da... Hallo Kohle. Ich weiß, also ich muss ganz ehrlich... Alex, 01, wer mehr? Resort zwölfmal. Du willst, dass ich mit den Babys streame. Vielen Dank für deine Resorts. Vielen Dank und herzlich willkommen. Und dann Re... Willkommen zurück bei den Iwis, meine Idioten. Ich glaube, der Weg ist falsch. Schreibt einer. Scheiße, ja. Ich glaube auch. Gibt's... Ist da denn noch keiner, äh, äh, ähm, gedingst? Hier. Markiert. So. So machen wir das nämlich hier bei uns. Golf with your friends. Also mit der Community spielen. Das ist eigentlich eine ganz... Oh, ich dachte, das Bett wäre weg. Das ist eine gute Idee. Oder wir spielen natürlich Twin Saga zusammen, ne? Das haben wir ja schon mal angefangen. Ich habe übrigens zwischenzeitlich... Also jetzt nicht in letzter Zeit, sondern noch... Nee, das ist falsch hier. Scheiße, ich glaube, ich muss hier wieder hoch. Äh. Wie wär's denn mal mit Sims im Livestream eigentlich? Wär das was, wo ihr auch, äh, unter Umständen vielleicht Bock hättet? Boah, ich verfransele mich. Das wird wahrscheinlich jetzt hier eine Stunde dauern. Wie spät haben wir es denn? Haben wir schon eine halbe Stunde verblasen? Nee, noch nicht. Ich glaube, ich muss hier wieder ein bisschen in die Richtung. Hat jemand die Koordinaten zu... Echt? Ja, jemand hat die Koordinaten. Also ich hoffe, das stimmt auch. Kann das jemand bestätigen? Schreibe ich mir nicht mal schnell hoch. Minus 1000... Stopp! Hilfe, nein, 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 nein. Das muss ich rauszappen. Äh. Stopp. 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 Minus 1223... 148 und 17. Ah, aber die klingen gut. Die klingen gut, die klingen gut. Hm. Ich finde das immer so geil, was ihr euch so vorstellt. So, hier, stellt euch mal vor, Yves, ihr Kind, wenn es größer ist, dann selbst Let's Player ist. Das ist ja schon irgendwie ganz witzig. Ach doch, ich muss doch in die Richtung. Ist ja gar nicht so falsch, ne? Aber, ähm, aber nee, ich muss in die Richtung. Das war schon gar nicht so falsch. Ich muss halt noch ein bisschen... Das muss ich ja abbauen, wenn das ein 17 ist da hinten. Und dann muss ich in die Richtung. Das war schon gar nicht so verkehrt, intuitiv. Ich hab gar kein TS übrigens, Luisa. Aber ich freu mich so, dass ihr alle wieder da seid. Die ganzen bekannten Gesichter. Die ganzen Gesichter vor allem, genau. Die ganzen bekannten Gesichter. Ich glaube doch, da vorne musste man an diesem, ähm, hier dran vorbei. Doch, 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 klar. Und dann da hinten irgendwo hoch. Auf hier, guck mal, hier hat doch jemand markiert. Hier hat doch jemand Brotkrumen ausgestreut. Bestimmt war ich depp das. So, alle haben das so im Schlaf gefunden. Und Yves musste sich das wieder mit Brotkrumen hier alles markieren. So, Zinus hostet mich. Oh, das ist ja süß. Ich freu mich natürlich über alle Hosts. Oh, süß sind meine Zinus. Danke, Zinus. Er hostet mein dilettantisches Weg finden. Und er denkt sich, ja, nein, da links. Nein, ah, schade. Das ist auch ein geiler Stream, oder? Ich meine, Yves läuft eine Stunde lang durch die Prärie und versucht, das Rebelllager wiederzufinden. Was sie vor allen anderen gefunden hat. Man muss ja mal überlegen, dass ich mehr den Weg sozusagen konstruiert habe. Ging es da hoch? Ich war ja die Erste. Also, ich habe ja Noah überredet damals, sich mit Revi anzuschließen. Ach, guck mal, ja, geil. Das ist nicht falsch. Da ist doch auch schon jemand drüber. Kann ich nicht hier einfach runter? Nee, ich folge mal hier dieser Spur. Das wirkt gar nicht so falsch. Ich mache mal hier so random einfach mal ein paar Laternen hin. Laternen vor allem. Och man, Yves, ey. Wie lange hast du denn das Spiel nicht gespielt? Geh jetzt runter? Vielleicht? Oh! Doch, hier kann ich schon.